Heiter geht's weiter mit unserem munteren Ultimate Chicken Horse Abenteuer Nach meinem sagenhaften Sieg in der letzten Folge Nuss, es war echt ein gutes Duell Muss ich schon sagen, wie es ist Sarah sind ja in der Zwischenzeit auch Arme und Beine gewachsen Sarah guckst du besorgt um Und ich würde sagen, ab auf die Hausdächer Auf die Hausdächer? Tyson, komm! Na ja, mach mir hier keinen Druck Du als unser Bürgermeister musst doch hier dabei sein Ey, das Pferd könnte halt echt Bürgermeister sein Äh, ja, genau BoJack Horseman, oder? Was? Ach komm, du kennst nicht BoJack Horseman, oder was? Wer kennt BoJack Horseman nicht? Wer ist das? Okay, ja Am Anfang ist es wie immer leicht Äh, natürlich, ja Scheiße! Ich glaube, wir haben ihn, glaube ich, ein bisschen unter Druck gesetzt Er hat mich unter Druck gesetzt Tyson, wie hast du früher immer gesagt, wenn wir privat, äh, Ultimate Chicken Horse gespielt haben? Stress! Tyson, ich hoffe, du bist stolz auf mich, dass ich etwas mit Honig fahren lasse Ich weiß ja, was dir gefällt Das, das müssen sich immer Sachen drehen Oh, da war ich zu schnell Sachen drehen ist immer Wie mache ich das jetzt am schlausten? Ich springe dagegen und dann runter in den Ne, ne, hier bin ich ja schon, hallo Ah, Sarah Sarah! Ich, ich merke schon, das ist Sarahs Runde hier Ja, man muss sich erstmal einspielen Ey, Leute, ganz wichtig Einspielen Eine Karte braucht Sarah dafür Jetzt ist ich ein Vollprofi Vom Vollkornbrot zum Vollprofi Machen wir das so, ne? Oh mein Gott, sie ist ja Vollkornprofi Nein, Leute, nicht da rüberspringen Wir gehen durch die Türen Och, toi, och Jetzt hättest du früher sagen Ne, du kommst jetzt wieder Komm wieder Tyson Du hast eben, du bist auch eben nicht in den Tod gespielt Ja Oh, der Vollkornprofi ist gefallen Okay Also, wir fehlen hier auf dieser Karte noch ein paar Ampeln, muss ich sagen Alter Das war, das war ich Ah Ah, mir geht's gut Okay Oh, hm Mal wieder hat der Waschbeeren-Nase vorne Nie komme ich als erstes ins Ziel, aber ich komme ins Ziel Okay, Leute Falls ihr uns so blöd ist und hier dann über den Rand läuft, er hat den Tod verdient Ich hab jetzt oben dicht gemacht erst mal Ah Wir müssen durch die Türen gehen Ist das so in Ordnung? Das sollte so in Ordnung sein Alter Kannst du mal aufhören zu zoomspielen? Versuch's doch nicht, wir gehen durch die Türen, wir zivilisier- Nuss Nuss, komm sofort rüber Nuss Was? Was ist mit Tyson passiert? Was ist mit Nuss? Nuss Ich hab den Finger eingeklemmt Ich hab mich kurz gedehnt Sarah Ich hab mich kurz gedehnt Was tut ihr denn? Der hat auf mich einquetschen zu lassen Ne, jetzt hätte ich mich Ah Also das Schlauste wäre, jetzt in den Tod zu sch- Jesus, Jesus, du warst echt okay Aber immer, immer so, ne? Oben rechts Ach, keine Ahnung wo er es geben soll Goldener Rahm Tys, die soll nicht deinen Finger einklemmen Ne, diesmal nicht Ich bin auf dieser Runde noch kein einziges Mal gestorben Na, schaffen Sie beide wohl, Tys, was meinst du? Ich glaub, einer stirbt Wo ist der Vollkott? Wo stirbt, damit er nicht recht hat? Ah, ne, na? Ich bin schwach Oh Mann Also, Zeissen, ich glaub, das wird ein Duell zwischen uns beiden hier Zwischen uns zwei Prachtkerlen Außer Nuss feiert wir so ein Comeback wie letztes Mal Einer, einer muss ja hier Leistung zeigen Ach komm, wer hat das Trampolin da hingepackt? Ich Ist ja langweilig Lass es drehen, lass das Trampolin einfach drehen Ja, genau Das ist auch langweilig Nee, dann ist es ein Hindernis, lass es drehen los So, ja, wie denn? Links Nee, du musst es unten drunter packen Gegen den oder Du musst es unten drunter packen Gegen den Uhrzeigersinn oder mit dem Achso, ist doch Wumpe Gegen Ja, ja, gut Ja, es war zu spät, jetzt hat er mitgemacht Vorsicht Ich bin durch mein eigenes Eis gestorben Ja, okay Ich sage also, irgendwie ist dein nacktes Chameleon schon pervers Voll durch Sarah's Legs sieht man bei mir nie wirklich wie sie stirbt Manchmal kriegt sie einfach so spontanen Herzanfall Die springt in die Luft und stirbt dabei Ja, komm weg Nuss, für dich blas ich in die Tröte Hast du gut gemacht Gesundheit Was? Was wirst du hier, sind so frech? Was sagt der Gesundheit? Na, danke Echt mal, was wirst du so frech, Alter Ja, für den gierigen Mann hier Aus einem Für den gierigen Mann Ich frag mich nur, wen du meinst Ne, ich trau mich noch nicht, geht mal vor Danke fürs Austesten Sarah wurde einfach erwischt eigentlich, oder? Nein Naja, nein Ach komm, dann werd ich halt zum gierigen Mann Ah, ich rutsch da Nein Jesus, Jesus Du warst echt, okay Jesus, Jesus Every time can play Nein, ich rutsch Als heiß sind beide sind an der Gier gestorben Ich sterb nie an der Gier, das ist halt Einmalig nur Ist das doch zu heikel da mit dem Eis Auf einem Brötchen da rund Alter, jetzt hab ich mich hier verzogen Ach man Ihr habt Thais unter Druck gesetzt Ihr wollt mir so ein schönes Muster bauen Echt mal Oh ne, was tut ihr denn? Du müsst doch spannend sein Oh Gott Wie wurde ich erwischt? Nein Wie wurde ich erwischt? Das schwarze Loch zieht das hin Oh mein Gott Nein Das ist ja krank Ey, jetzt hab ich jetzt auch auf diesem Haufen liegen Ne Alter Ja Hab ich das grad gemacht Ja, so halt, ne Ja, genau so Jetzt zeigt der Fachmann, was in ihm steckt Hä? Wie wurde es nicht eingesetzt? Hä? Ich sag doch, er ist ein Fachmann Das ist hier ungünstig Ja? Richtig? Richtig? Richtig unwichtig So Oh stimmt, man kann sogar da drauf stehen Nein Nur weil du dich an der Einstelle verzogen hast, Thais Sonst hättest du es geschafft Ja, nur weil ich mich da verzogen habe Sonst hättest du es natürlich geschafft Nur wegen der hier Sonst hättest du es natürlich geschafft Das ist ja keine Frage Hm Hier mit keiner runterfällt Nuss Ne, es war gar nicht Nuss Was? Was denn? Wer hat das gesprengt? Das ist fast Das ist fast Mach wir es so Fasmo 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 vor? Ja Oh Gott Was hab ich da auch mal für ein Looping gemacht? Ohi Okay, ich weiß nicht wie wir das machen Das heißt, das wird so nichts Da ist ein Abriss hier Das wird grad Das heißt, das kannst du nicht packen Das wird grad Ich kann das nicht packen Oh scheiße Das kann ich packen Ich kann das nicht, vor allem dann vierter Abend geschossen Tyson ey Ja Und er packt immer mehr Münzen dahinten Oh, ich hab leider Oh ne, jetzt hab ich wieder verzogen Wie konntest du so weit verziehen Tyson? Die schwebt da ja mittendrin Das war ja nicht mal knapp Ja, das ist noch ein bisschen Das waren fünf Das waren fünf Kästchen Oh, ich bin da zu weit gerutscht Oh Gott Oh, das ist hier ja nett Ja Hab ich gemacht Hm Ja Zeist das Zeist das, ob du das jetzt packst Nein Nein, nein, nein Oh Nein Stark nicht Nein Sicher das Ja Ja Okay, nur noch Nur noch ein Sieg Dann, dann hab ich schon mehr Mein Gott Ich bin ja unaufhaltsam Guck mal Hinter der Kamera bin ich immer total schlecht Aber kaum läuft ne Aufnahme Ich hab's einfach raus Hier Ty, jetzt brauchst du ne kleine Unterstützung Ja, das wär sehr nett, Nick Hier, Nuss Kannst du es drehen lassen, wenn du es runterpackst Ja Dann ist es nun manchmal ne Unterstützung Ähm Packst du ihn? Ja doch Vorsicht Nuss, nicht direkt durch Dann stirbst du direkt Wieso? Der erste Töne nicht Der erste Töne nicht Jetzt Jetzt kannst du Ich bin schon durch Zeissen Oh Gott Oh Gott Diese Spiele Hm, wie machen wir das am besten? Ah Ich würd mal sagen, der Sieger steht, ne? Nein Nuss, komm, hol dir noch zwei Hm Und mal wieder, wer ist Ultima Tief? Ich hab gehört, der Waschbär 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 Oh mein Gott Sarah, du hast fast Tyson bekommen Nur mit Fallen Sarah war halt nur am Morden Dankeschön, Dankeschön Oh, zwei Siege in Folge Ne, also das war ne kurze Runde Da können wir auf jeden Fall noch eine machen Ähm Ja, ich würd sagen, Wasserfall jetzt Ne, hängt Brücke in der Brücke, ist tiefer Okay Ja, wir haben uns nicht darauf geeinigt Je nachdem, wie tief es hängt Das ist unsere Reihenfolge Irgendwer fehlt Rot Ja, ich komm gleich Ich muss kurz Rot Ich muss kurz aufs Flöne Nein Mache die Buchse 298 gefrorene Burger Späte Oh, Sarah wurde aus dem Spiegel geworfen Okay Das war eben die Aufwärmung Äh, deshalb war nur so nicht so schlecht Ich, 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 ich kannte die Ach, Tyson Jetzt mach doch einfach auf zurücksetzen Ah, das ist mir noch nicht gut genug Ah, Tyson Tyson ist noch 8 Sekunden, ne? Alle Zeit der Welt Tyson Oh mein Gott, das war so knapp Gut, gut berechnet Meine Güte, ey Aber wir können es ja merken Wenn jemand mit anderthalb Punkten Vorsprung gewinnt Vor Tyson Hat er eigentlich gewonnen Wenn er aber achteinhalb ist Nee, warte Bei sechseinhalb Punkten Ist doch was, ist das? Ja, es ist doch nur fair Nein, ich mein nicht Ich mein nicht Ich mein nicht, ich mein Tyson Was? Was? Ach Tyson, warum tust du das? Ich würde doch nur ein bisschen Spannend machen Okay Also wir müssen es auch schaffen Wie hat oft so Ja Wir müssen es auch schaffen Ja, das ist das schon Du machst es gleich eher nur spannend für dich selbst, Tyson Ja, das ist doch der Sinn Ja, das scheiß Eis muss hier noch weg Ey, ich hab das mühevoll hin platziert Komm in die Tür, Tyson Ja Nä dealer Diese dreckige Lache vom Pferd Ne Ampel Oh nein ich hab die Ampel nicht genommen Was, was macht die Ampel? Ampeln sind legendär Was mit minierem? Your Bagcy Da kannst du nur durch wenn du äh In dem roten Strahl stehst Sonst ist die immer zu Wenn der hinter einer Ampel ist Angenommen es ist Es ist ein geschlossener Raum Kommst du nicht mehr raus Außer jemand befreit dich Okay So konnte Tyson nicht mal Handelsabkommen machen Wir hatten immer so Münzkammern gebaut Hier, pass auf Ampel ist auf Wenn ich Wenn rot ist, kann ich Sterbe ich da? Wäre lustig, wenn nicht Nein, warum soll ich nicht eine Ampel umbringen? Das ist doch auch in echt nicht so Du stellst dich doch nicht vor eine Ampel, die es roten fällt auf einmal an Wahllos auf dich zu schießen Aber es ist Wenn du über rot fährst Trotzdem tötet die eigentlich Außer man fährt gegen die Ampel Was sagst du so ein? Was hast du denn bei dir für Ampeln? So Wird es jetzt spannend? Oh, eine Blume Wie es heißt, du hast schon wieder keine Ampel genommen Ja, das ist besser hier Ich glaube, mein Esel pupt, ne? Was ist das so? Ich hoffe Ja Optimal Nuss Oh mein Gott Sag, was hast du denn da? Oh ne, ich hasse diese Abrissbieren Oh mein Gott, ich bin durch Nein, ich sag doch, ich hasse die Stark Perfektes Timing Das ist nicht rot war, oh mein Gott, stark Oh mein Gott, Sarah Das nenne ich Kön Ich weiß, warum, ich habe so das Gefühl, dass das hier wird nicht meine Runde Man kann ja nicht immer gewinnen Zwei Siege reicht jetzt auch, erst mal für die nächsten fünf Folgen Machen wir es so Das ist quasi ne Notlösung, vielleicht Äh, das ist ein sicherer Tod Wenn du so eine Kanone hin machst Die Kanone schießt einen nirgendwo Hä? Aber du hast doch, da ist doch der Papierflieger, der rettet dich vielleicht Hast du auch wiedersehen Nix, hab nichts gesagt Würdest du so über, über mein Tod Oh mein Gott, was war das denn? Ist er, ist er jetzt tödlich? Wenn er so angesaußt kommt? Oh, weiß ich ja nicht Probier mal Probier mal Nee Warum nicht? Oh, ne Lass mich raus Rein Oh Nee, ich sag euch die Punkte nicht, dass ich sterbe Ja Tice Wie ist das Wagen? Er überlegt schon wieder Was ist denn los, ey? Was denn? Hast du ein Problem damit? Nuss für uns, aber auch alle unten rein Ja, ist Ziel, das Spiel, Sarah Warum nicht? Ich bin drin Nein Ah, ah Oh, nein Oh, Tice Ja Du bist echt durchgekommen, doch Ey, Nuss, warum hast du mich aus deinem Haus gehört? Ah Sarah Damit sie mein Geld gerne stirbt Lustig fand's gemein, dass du mir die Tür vor der Nase zugeschlagen hast Ich wollte gerade reinkommen, dann BAM Knallte sie mir zu Ja, aber was soll ich denn tun? Ja, auch sehr wahr Was soll ich denn sonst tun? Was willst du tun? Ey, Tice, du bist ja richtig viel in diesem Projekt gefällt mir Ja, wahrscheinlich sind das noch Nachwirkungen von letzter Nacht Kommt gleich wieder Preußen Skaloria, was du hier anstellt Wahrscheinlich Hey Nick, verpiss dich Ich baue dich, ich töte dich Was? Nein Das Mais Das Mal ist eingerissen Oh, das ist das Nein Ich war fast da Ah, man kann da gar nicht hoch Für ne Aktion, Alter Ich darf, man kann da hoch springen Ich muss da hoch Alter Alter Bringen sie beide gegen die Wand, ey Ich wollte gleichzeitig, das war richtig gut Die Nuss, ey, wir beide Soll ich pappen Ey, was Sarah, warum Da war doch so ein Stück Land, was wir haben, ne? Ja Nee, und Das Stück Land habe ich direkt aufgegeben Das ist mein Bild Verdammtes Brot Und die schafft es auch, die kommt damit durch Genau Oh, meine Falle Sarah Sarah, das ist so traurig Wie bist du denn gestorben? Ich habe fast immer so ein Feuer Leute, wir gehen durch die Ampel Wer drüber will, ne? Erstmal drohen Das ist frech Das würde ich aber tatsächlich in Kauf nicht Ich zwinge euch nur, dass ihr hier Euch an Verkehrsregeln halt Ich meinte das hier Hm Wir können das ja auch wieder ganz witzig machen, ne? Oh nein, nur so ist das davor Ach, mach mich hier Alter, was ist das? Eine Spätwander Nee, so, das ist hier Hexenwerk auf der Karte Ich wurde erwischt Das ist doch gut wie gar nichts mehr von der Karte Also ich glaube, Sarah braucht einfach gar nichts Sie braucht so eine komplett schwere Karte Und dann legt sie los Die braucht keinen Weg Die Frau, die braucht Hindernisse, um es zu schaffen Das ist toxic Was? Na, nee, nee Das wirst du vielleicht gleich sehen Nein! Oh, das war knapp Ähm, ja Sarah, was ist der Plan? Zeig mal, was hier abgeht Aha! Oh, ich kann's auch nicht Teist, das war natürlich so geplant, ne? Ja Hast du mir gesehen, was da abgeht? Schaffst du es Oh shit, nein! Oh je 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 Nein! Nein! Oh, Nuss Das war so tragisch Ja Oh Mann Ich bin ehrlich, mir gefallen die Papierflieger Die da langsausen durch die Kanone Geist, oh Ach nee, Tyson Äh 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 Tyson voll motiviert Ja, ich lebe! Du bist sogar durch die Tür gelaufen Nein! Nein! Ja, in die Kanone Oh Hm Wer hat die Treppe dahin gepackt? Ich hab sie aus Versehen dahin gebaut Das auswärts du deinen Weg zum Geld kaputt machst, ne? Ich hab sie wieder ein bisschen, ich hab bisschen vertrogen wieder Oh, Tais, wir beide sind underdogs Hä, hä 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 Denke passiert Wie konntest du so weit kommen? Das ist die Scheiße Nuss, du bist so still, du plantst doch grad irgendwas in deiner Walnussschale Warum? Wieso? Das ist ja, das ist ja nix Warum nicht? Warum Nick, ne? Hey Machen wir es einfach so Es gibt bestimmt irgendeinen Akzent in Deutschland Wo man statt nicht nix sagt Ähä Ähä Nein, die Ampel hat mich zerquetscht Was war das denn? Wir kamen alle richtig weit Besonders Tyson, ne? Ähä Oh, Jürgen Okay, Leute, kommt, wir bauen die Brücke neu Brücke neu? Ja Wir machen es noch schwerer, glaube ich, ne? Ja Machen wir Bewegt die Treppe unten Die hier? Ja Aber dann hier, ne? Ist auch Wumpe Oh Ha Echt, diese Scheiße, Alter Nein, 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 nein Mann, nein, ey Ah Oh Okay, mir geht's gut Wie Gehe ich das jetzt schlau an? Soll ich Soll ich Soll ich jetzt die Verraten nicht? Hi, Sarah Ähm Das da unten ist Selbstmord Laut meiner Theorie Das heißt, ich muss hier lang Dann hier auf die Treppe Jetzt Vorsicht Nicht erwischen lassen Ich mache es wie so eine Erklärung Wie so ein Erklärungs-Tutorial Jetzt so Ja, also Meine mathematische Rechnung hat doch irgendwo auf, ne? Irgendwo Wie war es nochmal? Es war ein Mann namens Pythagoras, der hatte die Hose nass War so ähnlich Ja, ähm Ja, was wollt ihr hier unten? Das ist meine Ecke Verpüsst euch Ah, das Balken-Diagramm Auch Mathematik hier, ne? Komm, einfach mal links in die Ecke Da braucht man es nicht Das ist rechts Das ist rechts Rechts? Nein, nein, nein Nein, 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 nein Nein! Als ob sie das überlebt Sarah, du bist bei ihr im Brett Also Sarah ist ja faszinierend zu beobachten Die fliegt immer irgendwo hin Und das war's mit ihr Nein, das ist die hohe Mathematik an der Stelle Das schaffe ich auch nicht Der Puck Ja, ich habe vergessen, dass der Puck da so schießt Oh, die letzten drei Runden brechen an Okay Wer hat noch ein... Hm, Tyson Der alte Schlawiner Weg mit dem Puck Weg mit dem Puck Weg mit dem Puck Weg mit der Tür Ja, was wollte ich ja also Geld ist weg Ey, Tyson, was willst du davon halten? Ich bin gar nicht Nein Komm Tyson, davon? Bitte Würde ich davon halten? Okay, nein, das ist ja gut, das ist ja gut Äh, 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 äh Was mache ich denn? Was mache ich denn? Äh Kannst einen Weg machen Ah, ne Einfach irgendwo Ne, also ich gehe da nicht vor Können die lange drauf warten Nuss Nein Nuss Nuss Oder wodurch? Ja, die kann einen zerquetschen Wenn die, wenn die zugeht Wieder und du musst das Okay Jetzt Wo, wo das Brett kommt Das Brett Oh Oh, das Brett ist es Nein Ich hasse diese Honigteile Ich glaube, ich habe die alle platziert Weißt du was? Wenn ihr jetzt eine Bombe bekommt Jagd in die Luft Nuss Okay Bitte nicht Nein, nein, nein Ah, zack Vor allem, ich sage, dass es ein Honigteile ist Das ist eine Tennisballmaschine Habe ich dir schon oft gesagt, Nick Hier, Tyson Worauf hat ein Vogel gemacht Nein Nuss Nuss Ach Wieso? Ich mache das jetzt, Junge Und Sarah Nein, 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 nein Oh Oh Alter Ich lebe Ich lebe Was? Vor mir ist hier gestorben Diese Map, Alter Nuss Ich glaube fest an dich Nein Oh Das war der Fehler Ich musste dann lang Ne, dass ein Dicker nicht geglaubt hat Was? Ich glaube, das war wohl der Fehler Aber Nuss Das wird dein Sieg wahrscheinlich werden Ich glaube nicht Außer es passiert ein Wunder Scheiße, setz doch mal auf alles Ich setze doch mal auf Hallo Diesen Punkt will ich nicht Okay, liebe Leute, letzte Runde Konzentration Nuss, was tust du denn? Oh Nuss, das hat mich eingesperrt Wie schaffe ich es denn jetzt über diesen Klotz Alter, diese Scheiße Okay, Sarah Versuch mal dein Glück Ich warte Schau dir zu Oh mein Gott Nuss Ich danke dir Stimmt Ich glaube an dich Tod Ja, das Ich habe alles gegeben Okay Ich habe alles gegeben Ey, Nuss Glückwunsch Also Es ist schon ein bisschen Komisch Ich habe angekündigt, dass Tyson hier der Profi ist Aber der Fachmann hat noch kein einziges Mal hier gewonnen Ja, ich wollte ja immer Du sparst dich noch auf, ne? Du wolltest so hinaus Sehr gerne Okay, kommt hin Okay, kommt hin Part Verabschiedung Okay, okay, okay Ah Das war mal eine wundervolle zweite Folge Wir hatten ein bisschen Dramen mit Sarah Die einfach gekickt wurde Das war die zweite Das war die zweite? Hm, wir hatten zwei Runden in einer In einer Folge Schafft, heißt Haustet Haustet Ja, das ist die zweite Ja Ja klar Man munkelt, dass wir bei der Eingarte jetzt ein bisschen länger brauchten Weil jemand weggegangen ist mit einer Runde Du brauchst dich gar nicht hinter mir verstecken, Brot Okay, nutzen wir jetzt auch dazu kommen Nö Okay Ich sag halt auch einer Part Verabschiedung übernehmen, der in mir gerade steckt Ja, Sarah Tschüss Ich sag halt auch einer